Hallüchen, Hallüchen, da sind wir wieder und da geben wir jetzt den Auftrag mal schnell ab. Sollte eigentlich auch mal wieder sammeln gehen. Hallo. Okay. Gibt mir Kohle. So, jetzt bin ich mal gespannt, irgendwie. Äh, dann bin ich... Scharnika. Was ist das? Kann ich immer noch nicht holen? Weißt du, was ich meine? Oh. Äh, vier Jahre. Hm, okay. Ich dem König schon sagte, ich habe jede verdammte Minute davon gehasst. Und du? Du hast ja auch einen Blick dafür was. Ich? Ja, ich bin so glorreiches wie du. Nationalgarde, acht Jahre. War echt gern dabei. Weißt schon, Leihstifte spitzen in Salem und am Wochenende Soldatspielen. Nein, verdammt, aber... Du warst ja mit dem Weg. Ja, das hat wir alle haben uns einen Anteil geleistet. Ja, das haben wir. Das ist wahr. Okay, danke. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Was denn da? Ein guter Soldat. Eine Nebenmission ist das. Geil, machen wir das mal. Ja, okay. Immer die Waffe bereit. Hast du gehört? Okay, dann... Okay, dann... Warten mal vielleicht... Vielleicht liegt hier was rum? Hält dir so's her? Willst du ihn nochmal laufen? Nur zu mit Sessel. Ja, wo noch irgendwas? Jawohl, Sir. Na, leider nicht. Nein, leider nicht. Noch mal. Leider liegt hier nichts rum. Dann machen wir mal schnell die Nebenmissionen. Was ist denn? Da bin ich da. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay, okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott, verdammt, Taylor. Du wirst dabei drauf gehen. Nein, Mann. Hey, ein paar von ihnen sind in Highway hoch. Highway 97? Hey, Sir. Nein, es war... Es war ja Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Was heißt, ne Gruppe? Hey, nein, das ist eine hohe Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Taylor. Die sieht wirklich toll aus. Wollte ich mich irgendwann absetzen. Dann will ich da hin. Shit, ich muss weiter. Lieutenant Weaver. Sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut, gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand das von Erztestkits. So eines wirst du brauchen. Okay. Erztestkits. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Ernst. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Alles klar. Verstanden. Testkit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erztestkit finden? Vielleicht in einer der Rücken. Komm ich denn da hin? Geh nicht. Komm ich hoch? Ja. Jetzt komme ich nicht lang. Mal. Hier rein. Danke. Das nehme ich auch mit. Also. Wie komme ich durch? Ich bin voll. Na also. Mein Ernst. Testkit. Ja. Okay. Dann haben wir das. Aber ich drücke das wieder. Okay. Okay. Jetzt dreht ihr die Mühle. Okay. Wie soll ich da jetzt reinkommen? Auf Seite schieben. Wie immer. Was haben wir denn hier? Wow. Das heißt, es ist wie eine Suche hier. Scheiße. Okay. 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 Wie war das? Rötlich. Matter Glanz. Zinnova. Ja. Okay. Okay. Wie war das? Rötlich. Matter Glanz. Und test. Gut. Das geht. Aber alles. Okay. Ich muss jetzt da runter. Ich muss jetzt da runterladen, dass wir das hier so dunkel ist. Ich muss jetzt da runterladen, dass wir das hier so dunkel ist. Oh. Ich muss jetzt hier so dunkel ist, dass wir das hier so dunkel sind. Ich muss jetzt da runterladen, dass wir das hier so dunkel ist. Der Gegner? Okay. So, Gegner besiegt, also müsste ich das jetzt können. Dann kann man das irgendwie reparieren. Hallo, komm, danke. So, jetzt suchte ich das. Ja, rein genug. Okay, ab zum nächsten. Okay, ich brauche mehr Erz. Ja, machen wir mal. Der Ton ist überflutet. Äh, da stand dann da hinkommen. Äh, da musst du noch einen anderen Weg geben, ne? Äh, ich sehe hier nix. Ohne, was ist das hier? Äh, geht nicht. Wo hat ich jetzt ein Benzinkanister gesehen gehabt? So. Ja, da. Wir müssen ganz kurz was machen. Ja, leider. Aber, mir gut ein bisschen. Mit der MoMA, dieser Benzinkanister, das war auch sehr wichtig. Aber, ich kann Medizin herstellen. So. Ich kann aber noch stärkere jetzt, oder was? Oh, wie geil ist das denn? Da muss ich Kräuter sammeln. Oh wei. Okay. Wir haben aber auch wieder ein bisschen Heimittel. So. Und suchen wir Danister. Hier haben wir doch ein Kanister. Ein Schlappen. Geh, da machen wir mal an, ey. Oh shit. Oh. Das ist nicht gut. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist ja. Geh. Ja. Sehr schön. Das Wasser sinkt. Ich muss dieses blöde Erd sammeln, und dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Das ist klar. Haben wir. Da ist noch mehr. Mal sehen wie rein es ist. Okay. 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 Schon fast genug. So. Dann gehen wir lieber hier lang, oder? Ja. Ja. Das geht. Okay. Testen wir das. Ja. Das geht. Okay. Testen wir das. Wie noch was denn? Ja. Zinoba. Sehr gut. Gut. Das geht. Alles klar. Ja. Nur noch eine. So. Wo soll der sein? So. Hier rüber. Ja. Wieder zurück. So. Führte mich immer wieder hin. Stehe ich nicht. Ist hier nur irgendwas? Na. Wie muss sowas sein? Hier. Na los, Erz. Zeig mir wie rein du bist. Okay. Gut. Alles klar. Dann mal raus hier. Äh. Wo kam ich? Komm mal raus. 70 Meter. Ich glaube ich komme hier eher raus. Und wieder dunkel. Das nehmen wir natürlich mit. Nein. Hier kommen wir nicht raus. Okay. Das ist die Frage. Wo komme ich hier raus? Ja. Machen wir. Was ist da oben? Was ist da oben? Noch ein Tunnel. Was ist da oben? Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Ah. Hier oben war ich noch nicht. Nur hier oben war man nicht. Wir sind draußen. Hier ist St. John. Ich hab den Zinnova den sofort. St. John. Gut, gut. Au. Okay. Runterspringen sollten wir nicht. Wir hatten das mal. Deacon St. John und Captain Corey. St. John und Corey kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt sie der Forschungsabteilung zu. Captain, äh, Forschungsabteilung, äh, ja, so kann man es wohl nennen. Äh, ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whitaker. Gut. Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und, äh, deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Der Lieutenant Whitaker hat, äh, per Anforderungsschein Hilfe bestellt. Hilfe. Ein Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auch etwas potenziell wertvolles stoßen. Verzeichnen Sie es. Ja. Hier. Hefe und andere Bankzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Okay. Wir haben erstmal eine schöne neue Mission wieder und das ist auch gut. Oha, ACTI deja mal nicht. Oha, ASTI bei Molly. Ja, ja, hey. Warte, Taylor und die will Sand John. Oha, Taylor, ich hör auf'n Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay, okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott, verdammt Taylor. Du wirst dabei drauf gehen. Nein, man, äh... Hä, ein paar von denen sind in Highway um. Highway 97? Hey, es war, nein, es war zweier Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Aber da ist eine Gruppe. Männer, das ist noch zur Skihütte. Musstest du behaupten, dass hier eine Skihütte ist? Ich nicht. Taylor! Die sieht wirklich toll aus. Wollte ich mich irgendwann absetzen, dann bin ich dahin. Shit, ich muss weiter. Sie halten bei einem anderen Camp. Taylor Ende. Alles klar, gib mal ab. Na, dann mal los. Lieutenant. Nee, Mann. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein, 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 nein. Ich meine den Armeescheiß. Oh. Okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Styropor. Ja, du weißt schon. Sowas wie Styropor besser. Verpackung. So ein Scheiß. Ja, kapiert. Hey, Mann. Sag mal. Wie lief's denn? Mit der Hexe von Wizard Island. Sie meinen Lieutenant Whittaker? Mann, du solltest den Scheiß da vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles. Okay, wie ab geht. So. Perfekt. Oh, dann guck mal, was haben wir hier. So wieder Marsch der Welt. Hm. Alter Schwede. Okay. Das ist noch eine Mission. Hey. Alles klar, wir werden in der nächsten Mission, äh, in der nächsten Folge dahin fahren und wieder schlachten gehen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like oder einen Kommentar. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.